In der Schlacht bei Sissek auch Schlacht bei Sissak trafen am 22. Juni 1593 herbsburgische Truppen unter den drei Befehlshabern Ruprecht von Eggenberg, Andreas von Oersperk und Toma Erdedi auf osmanische Truppen unter Teli Hassan Pasha dem Beiler Bay von Bosnien. Im Frühjahr 1593 überschritt Hassan Pasha mit seinem Herr ohne formelle Kriegserklärung den damaligen Grenzfluss Grupper und belagerte die Festung Sissak. Ein Jahr zuvor war zwar der Friedensvertrag von Adrianopel zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich geschlossen worden, trotzdem überfielen immer wieder osmanische Truppen habsburgisches, insbesondere kroatisches Gebiet. Parallel dazu plünderten christliche Huskoken osmanische Territorien. Dieser Kleinkrieg war schon seit Jahren im Gange. Die habsburgische Entsatzarmee zu einem Teil kroatische Grenzsoldaten unter dem Befehl von Erdedi war weniger als halb so groß wie die 12.000 Mann starke osmanische Belagerungsarmee. Davon stellten Elite-Truppen jedoch nur einen verschwindend geringen Anteil. In der Schlacht verloren 8.000 osmanische Kämpfer so wie ihr Feldherr Hassan Pasha ihr Leben. Die Verluste der kaiserlichen Armee betrugen angeblich nur 50 Mann. Als Folge dieser Schlacht erklärte der osmanische Sultan Murad III Kaiser Rudolf II den Krieg, der als langer Türkenkrieg in die Geschichtsbücher einging und am 11. November 1606 beendet wurde. Bedeutung, diese Schlacht änderte erstmals seit der Schlacht auf dem Kribava-Feld das Kräftegleichgewicht entlang der habsburgisch-osmanischen Grenze. Bald drang diese Nachricht ins christliche Europa und Papst Clemens beglückwünschte die militärischen Führer. Bis zum heutigen Tag läutet täglich um 14 Uhr die kleine Glocke der Kathedrale von Zagreb zum Zeichen der Dankbarkeit.